Hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert und ich möchte mich gern mit zwei Infos mit zwei Themen an euch wenden bezüglich meines Kanals, das mir auf der Seele brennt. Als erstes, falls jemand von euch mir zu irgendeinem Video einen Kommentar geschrieben hat und hat keine Antwort bekommen, tut mir furchtbar leid. Ich hatte die letzte Zeit immer das Gefühl, ich kriege relativ wenig Kommentare und schwupps, eines Tages hatte ich einen Eimer an Kommentar über mich ausgeschüttet, die teilweise vier, fünf Wochen alt waren. Also irgendwie hat da der Algorithmus bei YouTube gesponnen, irgendwas hat nicht korrekt funktioniert und ich habe viele Kommentare nicht erhalten. Was ich mittlerweile erhalten habe, habe ich auch beantwortet, aber ich weiß natürlich nicht, ob das ein oder andere Kommentar oder die ein oder andere Anfrage nicht nur zu spät kam, sondern ob die irgendwo vielleicht auch noch was im Nirwana des Algorithmus verschwunden ist. Also hierfür, sorry, was ich bekommen habe, habe ich denn so schnell wie möglich beantwortet und bin eigentlich heute wieder oder bin eigentlich schon länger wieder auf dem aktuellen Stand. Das war mal Punkt eins. Punkt zwei, ich weiß nicht, vielleicht ist es jemandem aufgefallen. Ich habe die letzte Zeit jetzt relativ wenig Videos gemacht. Das letzte von Tools4Chance hatte ich vorproduziert und es war so, wie ich es in meiner letzten Buschkraftübernachtung befürchtet habe. Meine Rücke hat nachgegeben. Mittlerweile war ich im Krankenhaus, bin operiert worden. Ist auch alles okay. Ich will jetzt hier gar nicht rumjammern. Funktioniert alles wieder. Ich kann laufen. Ich bin kräftig am Bewegen. Schon direkt nach der OP gleich wieder ein paar Kilometer gelaufen. Also ich bleibe dran. Aber ich habe jetzt natürlich das Problem, ich kann nicht viel machen. Ich kann nicht lange sitzen. Ich kann nicht lange stehen. Ich werde jetzt natürlich versuchen, ein bisschen Inhalt zu generieren, ein paar Videos zu machen, die sich jetzt halt dann eher in Innenräume abspiele. Weiß aber nicht, inwieweit mir das gelingt, weil ja auch beim Fotografieren muss ich mich ja bücke und vorbeuge und verdrehen. Ist halt alles noch ein bisschen schmerzhaft und schwierig. Dann warte ich noch sehnsüchtig auf meine Reha. Ich warte jetzt eigentlich jeden Tag, müsste der Termin kommen, dass ich loslegen kann. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich das natürlich wahr. Das heißt, ich werde ein paar Wochen weg sein und dann vielleicht nur mal mit einem kurzen Handy-Video was von mir hören lasse. Ja, alles halb so wild. Wichtig ist, dass ich, wenn es Frühjahr kommt, wieder meine Bikini-Figur habe, dass ich wieder hoffentlich irgendwann wieder Motorrad fahren kann, dass ich wieder schiessen gehen kann, wandern, bushcrafte. Aber da bin ich guter Dinge. Ich quäle mich jetzt noch ein bisschen. Bleibt dran. Ich wollte euch einfach nur erklären, warum es jetzt mit den Videos halt unter Umständen ein bisschen magerer wird. Ich kann es einfach im Moment jetzt noch nicht abschätzen, wie es die nächsten ein, zwei Monate weitergeht. Also nichts Dramatisches. Kommt alles wieder ins Lot. Einfach nur zu eurer Info. Ja, in dem Fall sage ich danke fürs Reinschauen und haltet so wie ich. Denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut. Ciao.